ja hallo und herzlich willkommen kurzes video zu fifa und zwar ja abstoß hier super alles klar bei mir ferdinand spielten auf dem van dijk, van dijk will dann zurückspielen auf dem ferdinand ist klar ok was passiert kante renten ferdinand nieder ist klar und easy shoes mal golly kann den ball nicht am abwehren warum er immer von irgendwo mit irgendeinem spieler ist klar ja soviel dazu warum fifa ganz toll ist